Bonio meine Freunde, der erleichterte Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Lucky Block Duells. Heute mit einem altbekannten Gegner aus dem Lucky Block Battle und zwar dem lieben Kev. Hallo Kev. Hallihallo. Der Kev hat hier mir schon ein bisschen mit dem Einrichten geholfen. Ihr seht schon hier, sexy Tode. Du hast einen Tod Kev. Das müssen wir fixen Kev. Schnell, nimm deine Hacker-Skills. Ah, ihr kennt das Prinzip. Heute gibt es den Lucky Block oder das Lucky Block Hochhaus, siehe das Empire State Building ist es, glaube ich, was wir hier gemacht haben. In der Mitte ist es, glaube ich, noch recht normal. Also da gibt es noch Holz und so, aber wie gesagt, die Fassade kannst du abbauen, wenn man dann irgendwie was in der Mitte macht. Ich würde jetzt sagen, ich fliege jetzt aber nochmal ganz schnell auf meine Insel. Ich meine natürlich, mit magischen Kräften bewege ich mich auf meine Insel. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es losgeht. Und dann gehe ich rüber. Ja, genau. Nur die Wände und da drin ein paar Wände sind halt schon easy. Okidok. Gut. Bist du ready? Ich bin ready. Dann, äh, mach ich mal Game Mode. Null. Und dann sage ich... Drei, zwei, eins. So, jetzt geht's los. Kev, du bist ready, ne? Du kannst jetzt hier anfangen, was machen, lustig sein, wie du lustig bist. Ich hab nur große Angst davor. Ja. Weil wenn ich zehnmal sterbe, bist du ja sozusagen... Richtig. ...der Gewinner. Richtig. Davor hab ich Angst. Das ist, äh, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hätt auch immer Angst vor mir. Warum auch immer? Das ist ein harter Gegner, ein... Ach, das ist Unsinn. Das ist ein Bursche. Das ist ein harter Gegner, ey. Oh, aber ich hab ja ordentlich schon ein bisschen geerntet, muss ich leider zugeben. Also die Lucky Lucky Blöcke lassen auf jeden Fall... Also die, ohne Witz, die lassen so ein Zuckerstuff raus. Du hast auch... Okay, shit, das ist natürlich nicht gut. Darf ich eine Zahl sagen? Ja, mach mal. 31. Auch goldene Äpfel, oder was? Meinst du OP-Äpfel? Ja, ja. Ja. Ich hab auch so viele schon, ey. Das sind einfach so viele. Ich glaub, das wird eher drauf hinauslaufen, wer irgendwen runterschubst oder so. Alter. Ich glaube auch. Das ist echt, okay, das machen wir schon mal. Aber das kann nicht sein, dass wir beide so viele OP-Äpfel einfach haben. Das ist echt viel zu krass. Das ist nicht normal. Ich freu mich, ich freu mich. Okay, gut. Ich würde eigentlich so gerne fastbridgen. Oh, und direkt verkacken. Ernsthaft? Ist es runtergefallen? Ja, okay, nice. Das war mein erster Versuch, fastbridgen zu machen in meinem ganzen Leben. Das ist du. Warte. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh Gott, das war krass. Alter. Sechs, okay. Ja, ich hab das ja schon mal ein bisschen probiert, aber ich bin auch nicht gut. So, schauen wir mal. Ein richtiger Hacker. Boah, das ist viel zu weit, die Mitte. Nach wie vor, Leute, ich hab mir da eure Kriegpunkte durchgelesen. Dankeschön auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt das natürlich auch, dass wir uns selber ein bisschen anpassen. Und, ne, Like und so, ihr kennt das ganze Ding. So den ganzen Shit. Gebt dem einen Daumen hoch. Und nach wie vor, Loot, Loot, Loot Plus oder so, kümmere ich mich noch drum. Das muss noch alles gemaket werden. Ei, ei, ich hab's mir aufgeschrieben. Ei, ei, ich hab's mir aufgeschrieben. Das wollte ich sagen. Ja, bei dir läuft auch auf jeden Fall. Ich hab hier schön fett Slowness gerade geerntet. Ey, bei, das ist echt, äh, sag mal mal. Warst du schon in der Mitte? Nein. Oh, what the fuck ist denn hier los, Mann? Och, das soll mal weggehen. Ich will das weghaben. Danke. Oh, endlich. Oh, was ist das? Das sind Geräusche. Da ist er. Oh mein Gott. Ich bin kurz vor tot. Okay, alles nice. Er lügt, er lügt, er lügt. Oh Gott. Bei mir, bei mir rüber geht's gerade ein bisschen. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wer weiß es? Ich weiß nichts, was los ist. Ich auch nichts. Ich bin auch komplett im Arsch hier. Hä, was passiert? Ich seh nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh, nice. Kev getötet. Nice. Okay, also da haben wir auf jeden Fall schon mal einen. Ihr kennt die Regeln ja alle noch. So. Wir haben wieder mal einen kleinen Cut. Habt ihr vielleicht höchstwahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Wir haben probiert, ein bisschen was umzustellen, weil die Mitte dann doch immer schon ein bisschen crazy ist. Wir sind nach wie vor dran, Leute. Nehmt mir das nicht übel. Da müssen auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen drauf, drunter, drüber. Damit das hier noch ein bisschen exotischer wird. Der Stimme macht das schon geil. Und wieso regnet es da eigentlich? So, zack. Boah. Es regnet hier Lucky Blöcke unter dem Building. Es regnet Lucky Blöcke? Ja, hast du zu viele gemacht, mein Lieber. Ernsthaft? Ja, da hast du zu viele gedroppt. Ne. Das ist nicht von mir. Damit hab ich nichts zu tun. Damit hab ich nichts am Hut. Das ist nicht meins. Na klar. Das ist nicht mein Lucky Block. Na klar. Ich weiß, dass das meins ist. Oh Gott, Hilfe. Ich habe jetzt einen Plan. Exotisch, ja. Ich bin gespannt. Oh Gott. Ich brauch einfach mal ein bisschen Rüstung. Okay, okay. Warte, ich hab einen Plan. Ich hab auch einen super Plan, Kev. Wirst du nochmal kommen? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mehr zu dir kommen. Es ist nicht mehr möglich. Was? Es ist nicht mehr möglich? Es ist nicht mehr möglich. Warum das denn? Oh Gott. Es ist einfach nicht mehr möglich. Oh Gott, überall. Oh Gott, da ist ja noch Stein. Oh shit. Was ist denn hier los, meine. Nein. Was hast du gemacht? Ganz oben ist aber mal eine TNT-Falle gekommen. Aber okay, da bist du. Gut, ich habe ja schon einen Kill zumindest und du hast zwei Umgebungstote. Also momentan sieht alles ziemlich gut für mich aus. Wo bist denn du jetzt wieder? Das weiß keiner. Das ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Ja, du bist hier ganz fies auf jeden Fall. Das ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Ich gucke irgendwie die ganze Zeit auf meine Insel und will nicht, dass du mein Bett abbaust. Ich weiß auch nicht, was ich gerade von dem Hirnmatsch. Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach voll den Hirnmatsch einfach nur. Was ist das hier? Ich würde ja gerne... Okay, nice. Ne, was bitte? Ich würde ja gerne so ein bisschen TNT bekommen. Ja. Einfach so eine kleine Falle zu bauen, weißt du? Ja, das war wieder klar. Das war wieder klar. Kev direkt hier schön. Zack, Falle in mein Face. Damit ich nichts mehr machen kann. Okay, das brauchen wir auch nicht. Hörst du das? Ja, ich höre Sachen. Oh Gott, was war das denn für ein Schrei? Nein. Junge, habe ich mich erschrocken. Okay, du bist auf jeden Fall eins über mir, ne? Kannst du mich sehen? Nein, aber ich habe gehört, dass du da... Da bist du! Ja, jetzt sehe ich dich. Ah, nein! Hilfe! Ja, ja. Aber ich komme da ja nicht durch, weil da ist Stein. Oh Gott, was ist das? LOL! Bist du gerade schon wieder da runtergefallen? Was ist denn bei dir? Was ist denn bei dir? Langsam wird es peinlich. Glück ist auf jeden Fall real bei dir, ey. Glück ist auf jeden Fall richtig real. Ey, aber vorher soll ich das wissen, dass da der ganze Boden nicht existiert. Oh Kev weiß, was ich jetzt nochmal mache, das wäre so fies. Das wäre so fies. Ich könnte dich jetzt zerstören des Todes, ey. Was machst du jetzt? Was? Was ist denn da noch? Was tust du, Kev? Ich bin verzweifelt. Hier, guck. Schlag dich doch runter. Okay, gerne. Willste? Soll ich hier runterschlagen? Bist du sicher? Bist du sicher? Kev, das wird nicht gut ausgehen. Ich sage es dir jetzt schon. Kev, wirklich nicht. Du kriegst denn das Holz nicht kaputt? Okay. Das Holz, sagst du also. Bist sicher? Ja, komm her. Ich sehe doch deinen Lave-Eimer schon da. Na? Was ist das hier? Hm, okay. Warte, mach ich mal so. Ich habe einen Plan. What the fuck? Ich hatte einen One-Shot. Deswegen dachte ich mir, egal. Da bringt dir auch mein schöner Lave-Eimer nicht. Ich habe mir schöner Lack-, äh, so einen Apfel eingebaut. Aber der ist gerade kaputt gegangen. Ey, du hast mich schon zweimal getötet, ne? Ja, genau. Deswegen. Ich sage ja, momentan, ey, läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Alter, das läuft viel zu gut bei dir. Das läuft viel zu gut gerade. Das wäre echt mit Abstand das Dominanteste. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da ist der komische Blaze, den du gespawnt hast. Uncool, uncool. Okay, dann mache ich da mal. Hä? Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin schnell. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Und? Was ist das? Oh nee. Kommst du damit gelangt mit der Geschwindigkeit? Nee, jetzt ist es schon wieder weg. Oh nein. Was war das denn? Nee, ich habe... Das war so eine Speed-Troll-Motion irgendwie. Okay, oh Gott. Oh Gott. Toggle. Toggle. Tausend Prozent. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin wieder in irgendwas drin. Okay. Ey. Was ist denn das denn? Es sieht wieder gar nicht so schlecht aus. Genau, du und deine Dia ist da. Stimmt. Stimmt. Ich habe immer noch keine geile Rüstung. Das ist so das, was mich beunruhigt. Du könntest jede Sekunde hier meine... Aber du hast bestimmt wieder deine One-Hit-Sachen. Nee. Leute, mir fällt jetzt erst auf, dass dein One-Hit-Ding meine gesamte Rüstung vernichtet hat. Echt? Ja, okay. Das waren 10 Millionen Damage oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Das heißt aber... Moment! Das heißt, du hast keine Rüstung? Ja, wo bist du? So schlechte Sachen habe ich jetzt auch nicht. Okay. Und wieder full diamond. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie schnell du denn so... Wie sehr du so schnell Sachen kriegst? Aber... Er hat wirklich bisher nichts OP-mäßiges gekriegt. Ja, das ist glaube ich dieses Loot Plus Plus, wovon die Leute immer reden. Dass man da nochmal reingucken sollte. Äh... Oh, ich mache das hier gerade sehr riskant, glaube ich. Oh Gott. Hier sind immer Lucky-Blöcke, die runterfallen, ne? Ja, ich habe dir was für dich. Ich werde dir jetzt was vorbereiten. Und ja, vielleicht ist es tödlich. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist es tödlich. Okay. Wo bist du denn? Hallo Kev? Du kriegst mich nicht! Es ist nur noch ein Schuss! Hahaha! Wie das auch aussieht, die Überfolgungsjagt hier! Wie du dich da durchmaust mit deinen Redstone-Blöcken, ey! Oh Mann, Alter! Versuch mir doch nachzukommen! Das wird wirklich echt ein bisschen spannend jetzt hier. Ich merke das schon. Oh Gott. Oh Gott. Ich höre TNT. Ich habe Angst. Boah, wie viel TNT hast du denn bitte? Genug. Hahaha! Wow! LOL! Wie du einfach... Wenn du ein Glück habe ich dann... Oh Gott, ey! Okay. Boah, da wäre ich direkt bei dir gewesen. Okay. Ich probiere es jetzt. Oh Gott. Hier sind wieder welche gespawnt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, viel Spaß, Kev! Der kommt zu dir! Da ist... Na klar! Das war eine halbe Insel weg. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh Gott, jetzt ist er bei mir. Oh Gott, das Empire State Building! Nein! Los, los! Nein, nein, nein! Duber Drache! Duber Drache! Echt uncool, 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 uncool! Oh Gott! Oh mein Gott! Die Block ist gestorben! Sieben Tode schon! Oh Gott! Er kommt auf mich zu! Mein Spawnpoint ist weg! Er macht meinen Insel 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 weg! Er ist bei mir! Ich kann nicht! Oh Gott, er kommt zu mir jetzt wieder! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt geht er glaube ich wieder zu dir! Er kommt wieder zu dir! Er kommt wieder zu dir! Oh Gott! Wow! Alter! Er hat mich aufs Luft schifft! Ich muss mir einen neuen Spawnpoint machen! Ja mach das einfach schnell! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin auch wieder! Ja ich bin auch gerade eigentlich die ganze Zeit irgendwie zu dir rüber nochmal! Aber irgendwie hab ich auch Schiss! Ich würde gerne einfach nur überle- LOL! Na super! Nein! Shit! Dein Weg ist ja weg! Oh mein Gott! Der Weg ist weg! Nein! Der hat mich auch runtergekickt! So ein Schwein! Du bist runtergeflogen? Ja das erste Mal jetzt aber! Ich hab mich im Wasser gerettet! Nice! Ja aber du brauchst nur noch drei Stück insgesamt! LOL! Und er hat das Wasser kaputt gemacht! Wie kann er denn Wasser kaputt machen? Ey dieser Ender Dragon! Das ist so tödlich so was! Ich mach das einfach noch weiter! Nein! Wie kann man so dumm sein? Ich bin einfach nochmal runtergefallen! Okay aber du brauchst ja nur noch zwei insgesamt dann! Aber ich muss meinen Spawnpoint ändern! Weil ich hab nur noch einen Block unter mir und dann muss mein Insel weg! Ja ja alles gut! Ender direkt wieder! Direkt wieder Ender! Oh eins! Der ist einfach mal bei mir ne? Ach man ey! Okay ich kann aber noch in die Mitte! Das sollte ich glaube ich so lange ausnutzen wie es mir nur möglich ist! Ich weiß noch nicht was! Ich weiß noch nicht was! Bevor der mir entgegenkommt hier! Uh! Also eigentlich ohne den Ender Dragon sieht's verdammt geil aus ne? Ja Ditto! Eigentlich läuft auch gerade ganz gut bei mir so! Aber der Ender Dragon der zerfickt halt schon einiges! Aber der nimmt dich halt einfach weg! Ja! So hier kann man nochmal rein! Guckt euch das an! Aber der ist bei dir die ganze Zeit oder? Ja das ist ja das! Ich kann ja keine... Guck mal ich darf nur noch einmal sterben! Ich bin auch gegangen Alter! Ich kann ja nichts mehr bauen! Wie du kannst nichts mehr bauen? Weil wenn ich auf der 1x1 Ding bin dann haut der mich weg! Weißt du? Ja die ist auch fast weg das Ding! Das ist das große Problem! Er ist gemein! So warte! Zack 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 zack! Ja jetzt muss ich natürlich taktisch hier rangehen! Jetzt hab ich dich einmal in der Zwickmühle! Komm! Komm komm! Komm! Mein Zeug ist nicht schlecht aber! Ja wir müssen halt jetzt einmal noch den Fight irgendwie finden! Dann könnte das potenziell entschieden werden! So! Oh Gott! So eine Ender Perle oder so! Dann würde ich mich ja wieder trauen! Aber... Das ist alles weg hier Leute! Notch ist dem Spiel beigetreten! Nicht schlecht! Wo ist denn der? Ist der Drache weg? Hast du den getötet? Ich seh den auch gar nicht mehr! Na klar! TNT auf meiner Insel! Hahaha! Ah ok! Cool! Also ich hab jetzt hier schön die Mitte für mich entspannt! Während Kev da so... Na klar! Schön! Easy! Ich würde ja gerne nochmal zum Haus! Hey! Jetzt hole ich mir den Erfolg! Der ist glaube ich weg oder? Also ich seh den gar nicht mehr! Der hat jetzt seine 3-4 Runden hier gezogen! Hey! Garst City! Oh Gott! Gas City! Scheiße! Ey! Lass mich doch zufrieden! Ach! Nur Kühe! Ich hole langsam auf! Alter ey! Die Mitte ist echt ein bisschen härter als gedacht! Das ist viel zu hart! So! Schauen wir mal! Machen wir das hier mal weg! Was war das jetzt hier für ne... Geile! Die hat 10 Attack Damage und die kann... Einfach nur alles übertrieben abbauen! Gott! Was ist denn jetzt hier los? Okay! Ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten! Oh Gott! Heidegger! Ja! Boah! Ich hab 10 Frames noch! Was passiert hier? Irgendwas! Irgendwas muss doch gesponsert sein! Ja! Ich bin auch nicht so ganz sicher, was jetzt hier so richtige Lage ist! Das Problem ist, der Ender Dragon hat meine Kiste mit meinem Baumaterial zu stellen! Ja! Da kannst du dir schnell was Neues geben! Das ist ja kein Stress! Das ist ja alles easy hier! So! Ich habe zum Glück ein Stack Lucky Lucky gekriegt! Okay! Na toll! Nicht genug! Mit dem Stack rüber! Komm! Ich brauche mehr! Bau ab! Das ist jetzt die Frage! Bau ich die Lucky Blöcke ab oder Kabel auf der Insel? Oder ich komme einfach zu dir rüber und fick dich! Bäm! Oh nein! Dein Apfel! Nein! Der Apfel! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der Damage! Hä? Wo bist du? Nein! Bist du tot? Hab ich dich gekriegt? Habe ich dich gekickt? Du hast Knockback! Oh yes! Alter Verwalter! Mann ey! Das war aber jetzt auch am Ende richtig Nerven aufreiben! Aber warte! Hä? Moment! Aber du hast deinen OP Apfel noch drin, ne? Du Sack ey! Ja gut! Aber okay! Meine Güte! Dann können wir das ja trotzdem abmoderieren! Nein! Was hast du jetzt gemacht? Bist du schon wieder gestorben? Ne! Ich wäre sowieso gestorben! Ich wollte mich hier teleportieren und hier noch so einen Schock zu versetzen! Aber... Okay Leute! Meine Güte! Wenn es euch denn trotzdem gefallen hat, dann lasst mal gerne nach wie vor einen Daumen nach oben da! Schaut auf jeden Fall beim lieben Kev vorbei! Das war's jetzt von der dritten Folge! Wir bauen da und tüffeln noch nach wie vor rum! Ich hoffe das gefällt euch! Ich probiere mich gerne auch bald an ein paar anderen Lucky-Block-Sachen! Lasst mir gerne Ideen dazu in den Kommentaren und alles mögliche! Schaut beim Kev wie gesagt vorbei! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Sweet! Ich hoffe euch hat's gefallen! Bis dahin! Haut rein! Ciao! Hat Spaß gemacht! Macht's gut! Ciao!